Hi, ich bin Marci von We Butter The Wet With Butter. Ich bin Can. Von derselben Band. Festival oder Club? Oh, gute Frage. Festival. Club. Warum Club? Das Bumsen mehr im Herzen, der Sound. DVD oder Kino? Oh, Kino. Eindeutig Kino. Ja, auch Kino. Der Sound und der Film, super. Stage Dive oder Wall of Death? Oh. Tanzen. Tanzen ist am allerbesten. Stage Dive. Wasser oder Bier? Wasser. Wasser. Hund oder Katze? Hund. Ich liebe Hunde. Playstation oder Xbox? Oh. Playstation. Warum? Weil, dafür gibt's Little Big Planet. Ah, okay. Du oder Film? Oh. Ähm, Film. Eindeutig Film. Film? Da muss man nicht so viel selber machen. Schwarzenegger oder Stallone? Ja, Schwarzenegger. Terminator geht nichts drüber. Ja, ich auch Schwarzenegger. Skinny oder Baggy? Skinny. Ähm, Skinny. Ja, kommt auf den Typ an. Aber... Skinny. Ja gut, zu Hause dreht sich das natürlich dann leicht um, ne? South Park oder Simpsons? South Park. Eindeutig South Park. Ich auch. Du kennst das gar nicht? Ja, ich kenn's nicht, aber ich mag Simpsons und so, deswegen. Okay. Madonna oder Michael Jackson? Oh Gott. Michael Jackson? Ja. Kann man nicht, kann man nicht unterscheiden, finde ich. Bruce Springsteen oder Bruce Willis? Heftig. Ähm, Bruce Willis-Teen. Merchandise oder eine CD kaufen? Ähm, ich finde CDs kaufen, das hat einen besonderen Wert. Heutzutage. Ich auch. Die 90er oder die 80er? 80er. Da geht nichts drüber. 80er. Berlin oder London? Ach Gott. Ja, ich glaub in London regnet's nur. Berlin. Ich war noch nie in London, aber... Ich auch nicht, aber da regnet's, hab ich gehört. Pepsi oder Coke? Äh, Cola. Cola. Original ist immer besser. Superman oder Spiderman? Spiderman. Spiderman. Tank oder T-Shirt? Ähm, ja, T-Shirt. Ja, kommt auch auf den Typ an, aber T-Shirt. Wer soll das für den Bögel kick? Ähm, bei mir auf keinen Fall irgendeins von beiden. Ähm, das Eis von McDonalds. Das Meer oder die Berge? Oh! Äh, das Meer. Ich mag das Meer. Er kommt drauf an, ne? Ja, die Berge am Meer, weil Klettern ist voll cool und mehr Jet Ski fahren und so auch. Und zuletzt, Beatles oder Rolling Stones? Saube! Äh, Beatles oder? Ja, Beatles, eindeutig. Ähm, ja, Beatles bestimmt. Sehr gern, dankeschön. Eindeutig.